Das wird bestimmt ein spannender Abend. Und wenn er mich uninteressant findet? Warum sollte er? Und wenn ich ihn uninteressant finde? Das ist das Risiko, man plant ja jetzt. Und jedes Mal war er nicht perfekt. Für guten Sex brauchen wir nicht den Perfekten. Ich suche auch was Ernsthaftes. Ja, aber der Weg dahin darf doch Spaß machen. Ich muss mich fallen lassen können. Dann lass dich fallen. Das ist aber nicht so einfach. Doch. Wie ist es? Bist du gescheuert? Der musste noch nicht runter, wenn das jetzt anschwillt. Vielleicht steht er auf Geschwolltes. Der ist doch nicht pervers. Wird dir vielleicht mal ganz gut tun. Was? Na, so ein richtig perverser. Der, der mal die Leitung frei macht. Meine Leitungen sind frei. Deine Leitungen sind nicht frei. Okay, du hast recht. Ich finde nie, an der zu mir passt. Nee, Theresa. Nicht wieder so, bitte. Das muss ich mir nicht geben. Ciao. Okay, okay, okay. Ich lass mich drauf ein. Nur musst du mir bitte sagen, was ich anziehen soll. Und du lässt dich durchpusten, auch wenn er nicht 100% perfekt ist. Okay, ja, mach ich. Wenn es dich ergibt, lass ich ihn pusten.